ok ist eine information reiseführer können dir informationen über wichtige orte und events verkaufen welche informationen sie verkaufen wird auf deiner karte angezeigt wenn du neu in dem bereich bist kannst du dir ein paar zähne sparen indem du selbst erkundest oder ein reiseführer bezahlt der die informationen direkt geben kann angelplätze ausverkauft okay das ist interessant etwas roter zu mischen er hat autozeile der obst für ihr frühe nicht festgelegt fange freudener riesen nicht festgelegt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Anni muss auch in dem Wutraum Kurz nochmal die Schildkröte fragen Monkey Fire, schönen guten Abend Du findest den Bauern im Gebirge im Südosten Aber hier ist ja kein Gebirge Oh, da ist so ein Turm Gehen wir da noch mal kurz hin Ich glaube ich kann das Ich glaube ich kann das Okay, ich bin da ist er Hoch, kurz eingehen Ich glaube ich kann das Ich glaube ich kann das Ich glaube ich kann das Streit Zack Böööö Ja bestimmt Stein alt wirst du Ganz ganz schlimm Ein unverschämtes alter erreichst du Okay 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 24 ist also schon ein unverschämtes Seiter Krass Südliches Gebirge Südliches Gebirge Südliches Gebirge Oh, hier ist auch noch ein Turm Oh, Pflanzenboy! Oh, viele Pflanzenboys! Okay, ich habe irgendwie mal getroffen, weil ich nicht wirklich treffen wollte. Und der nächste! Jetzt habe ich da alles getroffen, so überstrahlen ausgesloppt. Ich habe eigentlich gewonnen! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Hochwertiges Kraut! Ich würde mal vermuten, dass wir da hin müssen. Ich glaube, ich kann das! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Oh! Willkommen! Danke! Nein, du solltest nicht für mich kochen! Feel free to browse! Siebensmittelhändler! Kaufen! Auch nicht! Ach! Komm zurück! Schaut du was? Was? Ja, der verkauft die Autoteile! Dankeschön! Du guck mal, da vorne ist ein Dino-Schädel! Oder zwei Dino-Schädel! Ohja, der perfect glory und mal los. Diese Kbit haben ein bisschen wERTHE vorige Bezug! Der krass wäre etwas scherimeter Bezug! Das blöder. Das betrifft bei meiner Kumaten! Super, ich glaube, ich kann es auch wieder anziehen. rote kristalle die vorne haben wir noch so wieso erschreck ich mich bei so blöden geräuschen die geburtespartys feiern ist ja aktuell auch nicht aufgrund der ganzen quarantäne lager die sind nur quarantänezeiten zur quarantäne hin deportiert werden ich hab vorhin so ein marvel video geguckt zum thema black widow auch und einem anderen marvel karker der in den film mit davor kommt und da habe ich gehört es gab irgendwie im marvel universum gab es ein comic da gab es anscheinend ein dorf welches aus hitlers lohn bestanden hat also die hatten da irgendwas das grundwasser gemischt dass alle bewohner dieses dorf ist quasi hitlers gehirn hatten kinder frauen wenn alle waren hitler das war sehr merkwürdig okay hier ist auch nicht richtig das ist das südöstliche gebirge das war die roten augen schaffe ich nicht die sind das doppelte doppelte level von mir das ist ja bestimmt beerdigungen sind ja auch so sachen wo du nicht hingehen kannst dann sind ja auch versammlungen von menschen übel bei werden die tatsache auch abgesagt beziehungsweise eingeschränkt stattfinden so da ja 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 war entschuldigen sie kann ich helfen ich suche so zeug und von den tomaten erzählt deswegen bin ich hier aber ich verstehe das ist also bisschen was kosten hast du geld einige schulden hätte ich dagegen große lebhafte fische zehn stück man hat jemand sonst schön vergessen rumgekrebs Peter dürfen auch nicht mehr in den Kreißsaal, okay? Echt, sowas gab es ja nie? Wahnsinn. Warum sollte man das machen? Muss sehr ehrlich absurd gewesen sein, die Folge. Die roten Gegner, ja. Also die roten Auren auf der Karte sind Gegner, aber die sind Stufe 29 und 30 bis Stufe 17. Ich habe das mal versucht. Die One-Hit-en mich einfach. Angestöpselt. Ich bin Stufe 17. Und ich habe Fisch gekillt. Gut, aber nicht das, was ich suche. All right! Ich habe tatsächlich einen Fisch. Ich halte einfach mal rein, mal gucken. Wieso ist denn der Fisch golden da hinten? Der soll weggehen, ich will die anderen Fisch haben. Hau ab! Kusch! Oh, das war der falsche Knopf. Das war der Playstation-X-Button. Ich mache, was ich kann. Uff, das Ding auch anstrengend mit den unterschiedlichen Krankenhäusern und alles. Jeder hat das Hitler. Okay, der ist wirklich goldener Fisch. Einfach mal so angeln. Fisch. Ich mache das, was ich kann. Fisch. Oh, genau. Ich habe tatsächlich ein Fisch. Oh. Oh, Mann. Das ist ein Fisch. Ich mache tatsächlich nur mit den Kurs. angezeigt was er braucht das ist ja voll nervig okay das und ich muss die gar nicht angeln irgendwo über wasser sind vögel und da muss ich dann einfach abtauchen wer lesen kann dies das es klingt sehr absurd mit hitler hier gibt es anscheinend keine lebhaften fische und diesen mal da vorne zu den türkchen noch mal die beiden türkchen kaputt an fliegen woanders in wo auf jeden fall wahrscheinlich mehr glück haben dass die fische angeht oder die türme kaputt man die sind die richtung das klingt echt nicht so gut nicht ich glaube ich kann das ich würde gerne einen schlafen in es ich habe es ich habe es oder der auch immer so eine sache aber dass sie dann das mit dem katheter nicht hinkriegen und das dann schon wissen wir den blutverdöner ist schon ja ja da würde ich von ausgehen ist ja teil deines clubs oder wenn nötig ich denke ich kann hier ich denke ich kann hier Oh, hi. 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 mitnehmen noch eine Okay Da war die Gang Um... neue fisch da kommen wir jetzt für dich so haben wir fliegen wir zurück aber sehr froh dass sie mich zehn jahre lange dauerhaft als patient sie ist von den immer noch keine großen lebhafen zwischen zehn stück hier ein baum ja das stimmt das stimmt muss kann ich absolut zustimmen so bei den neben mission jetzt wo ihr die ganze dasselbe sagt ist schon ein bisschen nervig ein bisschen sehr großer lebhafter fisch er wollte große lebhafte fische haben oder lebhafte fische jetzt wo du es gesagt hast gerade für mich noch viel schlimmer geworden ich weiß nicht wofür ich mich bereit machen soll ich habe ich habe die stimme jetzt ausgeschaltet er redet immer noch kino muss noch mal ein extra knopf drücken damit es ausschaltet ist die ganzen fische her hätte meine flasche gebissen dass das in 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 in